Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Dieses Video hat einen besonderen Anlass und zwar muss ich sagen, es ist einer der bedeutendsten bisherigen Momente in meiner Twitch-Karriere gewesen, die ich sagen kann, also seit meiner Twitch-Zeit. Und zwar ist mir was ganz Besonderes passiert, was sich jeder andere Streamer wünscht, nehme ich mal schwer an. Also ich will euch nicht zu viel verraten, deswegen, wenn ich nur dran denke, ich sag euch, mir läuft es immer noch eiskalten Rücken von unten nach oben, richtig schön in den Nacken rein, es war der absolute Wahnsinn, ich hoffe ihr fühlt das genauso, wie ich das da gefühlt habe. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Video, gönnt euch, bis bald. Ja. Oh mein Gott. Ragnar. Du machst mich komplett wahnsinnig. Oh mein Gott, Leute. Snooki, ne kleine Rate, muss auch was sein, willst du mich eigentlich hoppst? Was ist das jetzt los? Ragnar. Alter, mein Puls, schau dir, mein Puls, 135, Leute, ihr macht mich... Boah, Ragnar, du tötest mich gerade. Du tötest mich gerade. Schimmi. Alter, mein... Oh, ich flipp gleich aus. Ragnar. Danke dir für deinen wundervollen Hardcore-Raid, wirklich. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank dafür, wirklich. Vielen, vielen Dank für deinen wundervollen Raid. Vielen Dank für die ganzen Follows, Leute. Herzlich willkommen bei den Nuggets. Schön, dass ihr da seid. Ich komme gerade einfach... Also, wow. Wow. Ragnar, vielen, vielen Dank. Wirklich. Ich gebe mir Mühe, Ragnar. Ich gebe mir Mühe, dass ich deine Ghost-Live auf jeden Fall noch weiter unterhalten kann. Vielen Dank für die ganzen Follows. Es ist absoluter Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, ehrlich. Es kommt ein Ding nach dem anderen rein. Leute, die Alertbox wird nicht mehr ruhig stehen jetzt erst mal. Und so ging es die ganze Zeit weiter. Es war der absolute Wahnsinn. Doch das, was ihr jetzt gerade seht, war tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs. Wartet ab. Untertitelung vom NDR 2021 Musik Wie gesagt Leute, das war halt wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Ich sag's euch, jetzt geht's erst richtig los. Achtet auf meinen Puls und vor allem, achtet auch auf die Sub-Anzeige, was oben im Bildschirm eingeblendet ist, dass mein Sub-Goal für den heutigen Tag war, dass ich einen 12-Stunden-Stream mache. Es war, es war der Wahrheit. Ich sag nur, Hype Train! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Musik Wie ihr vielleicht seht, bin ich Partner von Hack-Energy, ja? Ihr habt oben in der Ecke das Logo und ihr habt hinter mir die Hack-Energy-Dosen stehen. Alles schön und recht, ich bin wirklich Langpartner, ne? Also das ist vielleicht in dem Moment, wo das passiert ist, vielleicht eine Woche, wenn überhaupt. Vielleicht, wenn überhaupt, nur ein paar Tage. Aber jetzt passt auf, was passiert. Damit hätte niemand, wirklich niemand gerechnet. Vor allem ich nicht. Kein Scherz. Passt auf. Let's go. Oh, mein Partner ist am Start. Auch mit 5 Subs einfach rausgehauen. Hack-Energy, danke schön. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Wirklich Wahnsinn. Ich, also. Oh mein Gott! Was ist denn jetzt los? Nein, hör auf. Gib mir nicht das Handy, sonst kommt die 50er-Bomb-Ber auf. Den Rest dieses Videos werde ich an dieser Stelle nicht mehr schneiden. Es hat einen bestimmten Grund, und zwar die Emotionen, was in diesem Video noch kommen. Die kann man einfach nicht schneiden. Das ist einfach falsch, wenn man das macht. Deswegen tut es mir leid, dass es etwas länger geworden ist. Und für den einen oder anderen vielleicht sogar ein bisschen langweilig. Aber für mich persönlich ein absolutes Highlight, was jemals in einem Stream, beziehungsweise in meinem Stream, passiert ist. Viel Spaß. Dankeschön. Leute, vielen, vielen Dank für den Wahnsinn Support. Ich glaube nicht, also. Es hört nicht auf. Sortus, danke dir für dein Fond noch mal. Nee, Taiko, der ist gerade wirklich alles andere als gesund. Wirklich. Der ist gerade alles andere als gesund. JenAmy97, auch dir. Viel Dank für dein Follower. Sorry, Spritzbeutel. Trotzdem, viel Dank für dein Sub. Meine Liebe. Immer locker durch die Hose atmen. Ja, wirklich. Das wusste ich gerade wirklich. Koro. Oh, mein Gott. Koro. Was ist los gerade? Wahnsinn. Wahnsinn. Erst den Wahnsinns krassen Raid von Ragnar. Als wäre das nicht alles gewesen. Kommt der Hype Train. Dann ist mein Partner auch noch am Start, Leute. Jetzt haut es Marilla noch fünf raus. Koro haut fünf raus. Dennis haut fünf raus. Leute. Wahnsinn. Hey, Game. Vielen, vielen Dank. Wirklich. Vielen, vielen Dank. Peace of Soul. Danke dir auch für deine 100 Bits. Ihr macht mich fertig. Ihr macht mich komplett fertig. Leute, ihr macht mich komplett fertig. Oh, mein Gott, ey. Mi262BW, vielen Dank. Hallöchen. Hallöchen. Ich sage jetzt einfach mal Hallöchen. Leute, vielen Dank, dass ihr da seid. Wir haben den Zug durchgespielt. 183, 185 Prozent. Miets, noch 57 Bits auf dem Tisch. Nils, auch dir. Danke dir für deinen Sub. Ich, Alter. Wahnsinn. Wahnsinn. Ehrlich. Wahnsinn. Nils, vielen Dank nochmal für deinen Sub. Oh, mein Gott. Andrea. 100 Bits auf dem Tisch. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich kann nicht mehr spielen. Ich kann einfach nicht mehr spielen. Ihr macht mich fertig. Ohne Scheiß, ihr macht mich fertig. Ihr macht mich komplett fertig gerade. Wahnsinn. Wahnsinn. Leute, vielen, vielen Dank für diesen absoluten Wahnsinn Support. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich danken soll. Ohne Witz. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Kein Witz, Twitch durchgespielt. Ja, von wegen, Luca. Vielen, vielen Dank. Wirklich. Lass dich vom Geist töten. Nein, hey, game natürlich nicht. Danke. Danke. Kampfstumpfine. Vielen, vielen Dank. Wirklich für die netten Worte noch. Mietz nochmal 20 Bits. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Wirklich. Vielen, vielen Dank für die ganzen Subs, für die ganzen Bits. Chris, auch nochmal danke für dein eine Bit. Wirklich. Vielen, vielen Dank. Krümel. Nils mit 500 Bits. Hallo. Anna, dir noch vielen Dank für dein Follow. Da kommt auch noch mit rein. Oh Gott, ey. Kommi, ich hab sowas noch nie erlebt. Ehrlich. Ich hab sowas noch nie erlebt. Ehrlich. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Wir haben vorhin drüber gesprochen. First, es ist einfach gerade am Ausschlippen. Anonymous, vielen Dank für deinen Einbit. Boss Chris, absolute Eskalation, Leute. Ihr macht mich komplett fertig. Ihr seid gerade in einem absoluten Moment, wo ihr mich wirklich komplett kaputt macht. Wirklich. Dieser Support von euch ist absoluter Wahnsinn. Ehrlich. Ihr macht mich ehrlich. Ihr macht mich fertig. Ihr macht mich fertig. Kein Witz. Vielen, vielen Dank für diesen Wahnsinn Support. Also, ihr macht mich positiv fertig. Das wird ihr natürlich damit sagen, ne? Ihr macht mich einfach positiv damit fertig. Leute, ich bin noch nicht lange auf Twitch. Ich bin noch nicht lange auf Twitch. Und so ein Support. Vielen, vielen Dank. Wirklich. Wirklich. Ich danke euch von ganzem Herzen, dass sie mir so krass helft, hier dabei zu bleiben. Ihr seid Wahnsinn. Nico, auch dir vielen Dank noch für dein Follow. Jeder Follow tut gut. Leute, du bist ja kurz für die 1700. Und wir haben erst am Freitag die 1600 geknackt. Das kann nicht sein. Es liebt sie. Auch dir vielen Dank für deinen Follow. Schattenmagie, vielen Dank. Wirklich vielen Dank. Jetzt haut noch... Jetzt haut Chili auch noch fünf raus. Oh mein God. Ja, Koro. Chili, auch dir. Vielen Dank für deine fünf Gifted Subs. Leute, ihr seid Wahnsinn. Ihr seid Wahnsinn. Ich muss einfach los. Tidia, vielen Dank für deinen Follow. Es hört nicht mehr auf. Es hört nicht auf. Ich weiß nicht, was da los ist. Ragnar, was hast du getan? Ich weiß es nicht, Luca. Ich weiß es gerade nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe in diesem Overlayer kein Ding. Busbastler22. Freddy, Busbauen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deinen Follow. Gott, Leute. Jetzt ist gerade mal kurz ruhig. Ich kann euch wirklich noch mal allen von ganzem Herzen danken. Für die ganzen vielen Follows. Ich glaube, ich schaffe es gar nicht, dir alle vorzulesen. Sonst bin ich komplett am Abschmieren. Für die ganzen Subs. Für die Sub-Bombs. Ey, wirklich. Wirklich, Mega-Hex. Ich bin komplett fertig gerade. Vielen, vielen Dank. Wirklich von ganzem Herzen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ihr macht mich gerade komplett fertig. Ich bin nur noch am Zittern und am... Ja, voll. Komm, ja. Ich bin komplett durch. Sogar mein Part. Ich habe seit... Ich sage mal, seit drei Tagen habe ich einen Partner... Sogar mit Partner-Hack-Energy einfach eine Fülle Sub-Bomb da lassen. Auch dafür wirklich vielen, vielen Dank. Das hätte ich niemals gerechnet. Das ist... Das ist... Oh. Gott. Vielen, vielen Dank. Oh, Schattenmagie. Dankeschön. Dankeschön. Wirklich. Wirklich, Herr Laut. Ich brauche gerade wirklich ein Taschentuch oder sowas. Tierquälerei unter dem Bildschirm sind so viele Leute. Aber wirklich. Ist halt wirklich mega viel gerade los. Chili. Chili haut einfach eine Elfer-Bomb raus. Und damit sind wir beim 12-Stunden-Stream heute. Shinori, danke. Damit sind die 50 dann wohl voll. Aber absolut. Aber absolut. Leute, liebe und hype in den Chat für die ganzen Supporter. Wirklich. Für Dennis, für Sabarilla, für Hack Energy. Für Spritzbeutel, für Koro, für Chili natürlich. Leute, vielen, vielen Dank für Mega-Hacks, für die ganzen Bits. Dankeschön. Leute, vielen, vielen Dank für den wahnsinnigen Support. Wirklich. Liebe geht raus an euch alle. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wirklich. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für den wahnsinnigen Support. Ich weiß nicht mehr, was ich es verdient habe. Ehrlich. Freut mich, dass ich... Mich freut es, dass ich hier bin. Ehrlich. Ich wette, meine Frau ist gerade... Ich habe keine Freundin, ich habe eine Frau. Aber danke dir. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was meine Frau gerade macht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oh, was macht mein Puls? Ich weiß nicht, was mein Puls gerade macht. Was macht mein Puls gerade? Er ist immer noch im dreistelligen Bereich gerade. Wahnsinn. Megahexe, mache ich sowieso. Mache ich sowieso. Bestmal dann mal 50, dann 25, das geht leider nicht. Mit 24 muss wirklich geplant sein bei uns wegen den Kids und so. Deswegen. Oh. Die Biox. Liebe zurück. Vielen, vielen Dank auch an dich. Oh. Bei so geilen E-Motes muss man doch mal es haben. Okoro ist sehr, sehr nett von dir. Wirklich. Niemand hast ihn. Natürlich nicht. MrFatBike92 auch dir. Vielen Dank für deinen Follow. Exe, Dankeschön. Danke für die lieben Worte. Wirklich. Wo ist eigentlich deine Mitspielerin? Sie hat auch mitgesappt. Das ist die Smarella. Die Smarella ist gerade wahrscheinlich drin und versucht den Geist noch rauszufinden oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, was ihr macht. Keine Ahnung. Der Confrost1982. Auch dir vielen Dank für dein Follow. Ey, es hört nicht auf. Leute, noch 10 Follower. Wir haben die 1700 E-Mote noch erreicht. Ich glaube, ich flipp aus. Busbastler. Hype. Absoluter Hype. Wirklich. Das ist einfach nur noch Hype gerade. Helleranos. Jetzt hast du einen Geisterwolf bei dir und mich kriegst du nicht mehr so schnell weg. Ach komm. Ach komm, jetzt hört er mal auf. Moppt 21 auf die noch. Vielen Dank für dein Follow. Seid ihr die ganzen Nachzügler von Ragnar oder was ist da los? Sascha, danke dir. Danke dir. Es ist absolut flow. Es geht gerade komplett ab hier. Wirklich. Es geht einfach nur gerade komplett ab. Leute, es explodieren die Viewerzahlen. Es explodieren die Subzahlen. Es explodieren die Followzahlen. Seideli, auch dir. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Ehrlich. Ey, mein Puls bleibt dreistelle. Gehört. Es wird nicht besser gerade. Es wird nicht besser gerade. Wir haben heute eh schon so einen wunderschönen Stream. Weißt du? Es ist wirklich ein richtig guter Stream heute gewesen. Es hat richtig Spaß gemacht heute. Oh Gott. Lebt sie noch? Wer lebt noch? Ob ich noch lebe? Ich habe keine Ahnung. Nicht besser, wirklich. Rihanna, auch dir vielen Dank für dein Follow, Leute. Ich fass es nicht. Vielen Dank für die Karten, Hey Game. Dankeschön. Chuchu-Zug ist noch da. Nils, danke für den Support. Ehrlich, der Hype-Frame Level 5 und komplett explodiert. Einfach Hype-Frame komplett durchgespielt. Bei den Mitspieler, ob sie noch da ist? Warte, ich guck mal kurz. Smarilla, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Da geht alles gut. Mach weiter. Ihr habt den Stream an. Ich sehe es gerade. Alles gut. Ich habe endlich meinen scheiß Sicherungskasten geputzt. Oh Gott, auch Smarilla ist wohl... Wow, Wahnsinn. Oh. Oh, ob sie auch mal wieder in den Truck kommt, ich weiß es nicht. Sie ist bloß über 1% Zenit, sie ist eigentlich komplett down. Schnell, du musst Werbung machen. Nein, ich mache definitiv jetzt gerade keine Werbung. Rihanna, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Freut mich, dass du da bist. Ehrlich. Oh mein Gott. Oh Gott. Uff. Uff. Uff, wirklich. Ich bin wirklich durch gerade. Leute, nochmal. Wirklich einen großen, großen Dank. Und was nicht selbstverständlich ist, geht wirklich raus in Hack Energy. Dass sie mich hier auch supporten. Hätte ich niemals gedacht. Machen meine Hack weg und im Kopf zustande. Alter, das geht nicht, das geht nicht. Ich kann gerade nicht, ehrlich. Aber auch, dass sie mich supporten hier mit einer 5er Sub-Bomb, hätte ich nie im Leben erwartet. Das erwartet man von keinem Partner. Beim besten Willen nicht. Aber was man gibt, kommt auch wieder zurück tatsächlich, ne? Nochmal vielen, vielen Dank dafür. Schoko Eggl. Absoluter Hype. Ey. Uff, ich kann nicht mehr. Jetzt ein Battle Royale mit über 130 Leuten. Schauen wir, wie das aussieht. Ich kann nicht mehr. Leute, ihr habt gerade Nugget durchgespielt. Ihr habt gerade einfach Nugget durchgespielt. Vielleicht weiß der eine oder andere jetzt, wie ich mich gefühlt habe. Das war der absolute Wahnsinn. Leute, wenn ihr mehr Videos haben wollt, wie diese hier. Oder Highlights aus dem Stream oder sonstiges. Vielleicht auch eine Roomtour oder ähnliches. Vielleicht Vlogs, I don't know. Schreibt es in die Kommentare, würde mich freuen. Ansonsten auf jeden Fall abonnieren, nicht vergessen. Glocke anmachen, würde mich freuen. Bis zum nächsten Video. Macht es gut, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao. Danke. Danke. Danke.